Stellvertretend Reue erwecken für alle Sterbenden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes Amen Milliarden und Millionen Mal, mein Jesus, Barmherzigkeit Barmherzigkeit, mein Jesus, für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt Milliarden und Millionen Mal opfern mir das kostbare Blut und die Blut tränen dem himmlischen Vater für jeden Sterbenden bis zum Ende der Welt und bedecken ihn mit dem kostbaren Blut und dem unbefleckten Herzen Mariens und mit ihrem Blut tränen, dass der böse Feind keine Gewalt über die Sterbenden hat Amen Heiliger Josef, Nerva der Jesu Christi und wahre Bräutigam der Allerheiligsten Jungfrau Maria bitte für uns und für die Sterbenden dieses Tages, dieser Nacht Liebesachter, Jesus, Maria und Josef, seid uns barmherzig, wir lieben euch Rettet alle Seelen, besonders die Priesterseelen und die Gottgeweihten Mit der großen Bitte, diesen Liebesakt mit jedem Atemzug, mit jedem Pulschlag tausendmal wiederholen zu dürfen Heiliger Josef, du hast in Bethlehem für die Mutter Gottes eine Herberge gesucht Hilf auch uns, eine Herberge für die Liebesflammen, den Herzen der Menschen zu finden Amen Herzenstausch mit Jesus und der heiligen Jungfrau Maria Allerheiligste Jungfrau Maria, tausche bitte mein sündhaftes, wangemütiges Herz aus gegen dein heiligstes, unbeflecktes Herz damit du in mir wohnen und der heilige Geist in mir wirken kann Erfülle meine Bitte, du Guter und Getreuer Jesus, damit du bald als Friedenskönig über diese Welt herrschen kannst Goldene Salve Maria, wie der heilige Gertrud offenbart Sei gegrüßt, du weiße Nilie, der strahlenden und ewig ruhenden Dreieinigkeit Du leuchtende rosa himmlische Anmut, von welcher der König der Himmel geboren und genäht werden wollte Nähere unsere Seele mit göttlichen Einströmungen Amen Das mächtigste Heilungsgebet vom herrigen Pater Pio Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst Ich danke dir, dass du deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, in diese Welt gesandt hast, um mich zu retten und zu befreien Ich vertraue auf deine Kraft und Gnade, die mich stützt und wiederherstellt Lieber Vater, berühre mich jetzt mit deinen heilenden Händen Denn ich glaube, dass es dein Wille ist, dass es mir gut geht, meinem Verstand, Körper, meiner Seele und meinem Geist Bedecke mich mit dem allerkostbaren Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus Von der obersten Stelle meines Kopfes bis zu meinen Füßen Entferne alles, was immer nicht sein sollte Entferne alle ungesunden und abnormalen Zellen Öffne verstopfte Arterien oder Venen und stelle beschädigte Bereiche wieder her und fülle sie wieder auf Entferne alle Entzündungen und beseitige jede Infektion durch die Kraft des gosbaren Blutes Jesu Lass das Feuer deiner heilenden Liebe durch meinen ganzen Körper gehen, um zu heilen und alle kranken Bereiche zu erneuern Damit mein Körper so funktioniert, wie du ihn erschaffen hast zu funktionieren Berühre auch meinen Verstand und meine Emotionen selbst die tiefsten Nischen des Herzens Durchtränke mein ganzes Sein mit deiner Gegenwart, Liebe, Freude und deinem Frieden Ziehe mich immer näher zu dir, jeden Moment meines Lebens Vater, fülle mich mit deinem Heiligen Geist und befähige mich, deine Werke zu tun Damit mein Leben deinem heiligen Namen Herrlichkeit und Ehre bringt Ich bitte dies im Namen des Herrn Jesus Christus, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen Wir bitten dich, Herr Höchstes Gut, die dreifältige, barmherzige Liebe, komme allen Menschen zugut Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir Du bist Gabenadeit unter den Frauen und Gabenadeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder Überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Wir bitten dich, Herr Höchstes Gut, die dreifältige, barmherzige Liebe, komme allen Menschen zugut Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir Du bist Gabenadeit unter den Weibern und Gabenadeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder Überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens, Amen Wir bitten dich, Herr Höchstes Gut, die dreifältige, blutende Liebe, komme allen Menschen zugut Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir Du bist Gabenadeit unter den Frauen und Gabenadeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder Überflutet die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens, Amen Ihr seid der dreifältigen Liebe von nun an bis in Ewigkeit, Amen Abendgruß zum heiligsten Herzen, Jesus Den letzten Gruß der Abendstunde sende ich zu dir, oh göttliche Herz In deine heilige Liebesfunde senke ich des Tages Freude und Schmerz O Herz der Liebe, dir Vertraute, am Morgen ich des Tages lasst Und nicht umsonst ich auf dich baue, der Vollholz du mich gesegnet hast O habe Dank für deine Güte, die schützend mir zur Seite stand Auch diese Nacht mich treu behüte, durch deine Segen Engels Hand O göttliche Herz, all meine Sünden, bereue ich aus lieb zu dir O lasse mich Verzeihung finden, schenk deine Liebe aufs Neue mir Herz Jesu, innig ich empfehle auch alle meine lieben dir Verschütze sie an Leib und Seele, die Gutes hier wiesen mir In deiner heiligen Herzenswunde schlafe ich nun sanft und ruhig ein Wohl hast du in der letzten Stunde mehr Keiner Himmelswunde sein, Amen Gelobt sei Jesus Christus In Ewigkeit, Amen Maria mit dem Kindelieb Und zu allen deinen Segen gib, Amen Amen